so schade ich dachte ich krieg die so in so einem special moment nun gut angreif und los geht's kürz steckt okay gleich nochmal und du sein schub zu stand und beim 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 bei das wird nicht mehr lange dauern mit der hier so und jetzt ist man betrunken ich gehe mal schnell wieder zum heiler bevor hier wieder schreckliches passiert gut leidings gehalten es reicht du entkommst mir nicht du kommst noch in schockzustand so jetzt angreifen genau lasse dich entkommen bbm wenn wir ein ist wenn ihr es auch überlegt ja wohl fern jetzt wenn ihr jetzt wenn ihr jetzt wenn ihr kommt schon kommt schon sehr gut sie halt sich schon mal selbst so und jetzt schnell wieder zum angriff jetzt bist du dran hier mal sehen wie lange der braucht für den schockzustand da ist noch eine mit ihrer scheiß panzerfaust nein seit den heilen und zwar sofort so und jetzt wieder angreifen und zwar hier genau die hier direkt mich gerade auf du entkommst mir nicht hier ziehe ich mit deiner scheiß panzerfaust das muss ich jetzt noch schnell machen sonst wird dieses problem nicht gelöst so und jetzt schnell wieder in heilungsmodus hier und eine phoenix fehler für die neuer hat schon engel bekommen wird ich denke ich hab's jetzt nicht genau gesehen aber noch heilen hier und jetzt angreifen hier jetzt bist du nämlich dran ohne dass uns niemand daran hindern kann das hat sich gemeint hier okay der wird ein bisschen länger brauchen um den schockzustand zu kommen so lange geht es nur wieder auch nicht die hälfte haben wir schon mal so noch ein richtiger angriff und der typische schockzustand zerstatt wann war warm 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 Koppcher 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 doch eine Anruf noch einen Angriff über die Aura und los geht's jetzt gibt es zu gut vier hundert die ich denke weg im schock zustand ist er echt billig muss man echt sagen na gut hat es erledigt keine 5 so und weiter geht es hier weiter runter weiter runter ich guck mal kurz auf die karte ja so weit weg sind wir auch nicht mehr oder jahre runter das sieht ja schon mal nice aus top und viereck und wo ist das ziel des zieles da vorne ich glaube wir haben nur noch die zwei vielleicht auch drei stück hier man wenn ich die irgendwie ja ich hab so ein ding benutzt sich das hat es jetzt nein hat es nicht was hat er was toll ich dachte es ist so ein ding für für wie heißt es für für von hinten anschleichen von wegen blau und unfasst schockzustand und so ihr wisst was ich mein egal der ist ja gleich im schockzustand zack 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 jetzt gleich mit mir lang nicht mehr lang nicht mehr lang jawohl und los geht's jetzt noch die zwei klein hier und dann hat sich das zack 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 noch ein einkauf oder bis zum schock zustand viel spaß dein blog warm und schiss und du bist dran kannst du auch viel blocken das die ich nicht er gibt mich nicht so bringt den nicht freut sich schärfen habs vermixed egal scheiß drauf ich glaube ihr habt kapiert los geht's zack 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 und wäckige schock noch nicht dann jetzt gut gemacht leidling vorstaus mal sehen wie viel wir noch brauchen werden um bis danach ganz vorn jetzt kommt ganz ganz vorne okay dass sie hier schon mal von der der eine ist noch und dann sind wir da da müsste haben mich von hinten gekriegt und so ich hab grad noch geguckt wie lang ich schon aufnehmen das geht das geht das geht ah shit mein Neil ist toten nein hier schnell auf Heiler machen fang braucht leben und zwar sofort sonst verreckt sich okay und das wäre ein scheiß so 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 gut und jetzt schnell Phoenix Feder und dann machen wir hier ein auf machen wir mal so und bam aufs gsmetzel hier drauf so und so draufhauen einfach fang nein nicht verrecken bam bam lightning haut drauf scheiße fang ist verreckt nein nein nicht verrecken heilen heilen heilig heilig doch heilig doch jawohl probier mal wieder das aus so zack 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 you are gleich im schockzustand ob ihr wollen oder nicht verdammte ging daneben wenn wenn scheiße komm schon eben sie wenigstens nein das gebe ich bin ich komm schon komm schon komm schon zack heilen hopp gut fenix weder please vor den Lidl der der so und jetzt kommt in schockzustand bäum 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 und jetzt fisch weg zack neiiiinnn ich greif die dinge da zuerst an ohne scheiß jetzt die regen ja mehr auf als ne tonne wasser den hab ich grad irgendwie da her gezaubert ob das jetzt Sinn ergeben hat oder nicht, keine Ahnung, aber gut. Nein, der da. So, los geht's. Zack, 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 zack. Noch ein Angriff und du Arsch bist im Schockzustand. Vanille schon wieder, warum immer Vanille? So ein Wichser. Verrigg einfach. Schnell, ein Lauf, heiler. Hopp. Felix, Feder. Zack. So, und jetzt heilen, 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 heilen. Schnell, Lightning darf nicht verrecken. Und Fang auch nicht. Zack, zack. So. So, ist wieder angreifen hier. Genau. Diesmal entkommt die mir nicht so leicht hier. Ah, fuck. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Zack, 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 zack. Bam, jawohl. Und weg. Zack, 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 zack. Verdammt. Zack, 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 zack. Jawohl, noch gerettet. Zack, zack. So. Weiter geht's. Jetzt. Zack, zack, zack. Und das, und das, und das. Gleich bestimmt Schockzustand, Junge. Zack, zack. jawohl jetzt gibt es böse auf die gosh nichts mit Raketen fachig und der letzte von ihnen der jetzt auch in Schockzustand kommt wenn jetzt ist er noch alleine übrig mal sein wie gut du jetzt alleine bist hier zack 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 wir gucken wie viele Wendel abnimmt sie darf verräten sehr gut 8 heilen 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 zack 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 gut das reicht jetzt und weiter angreifen los nicht lassen nicht so dass wir das machen Schockzustand kommen hier jawohl doch ein Angriff denke ich und dann hat sich das BAM 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 jawohl und jetzt Kassiersch und zwar deftig Double Breaker Attack BAM 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 zack 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 ok fang hat's gemacht alles klar und runter ich glaub da ist das letzte Ding so so die Eibox die nehmen wir zack Eta nee weiß ich nicht was gut Speichern wartet mal kurz gut das passt das passt auch da würde ich sagen wir machen hier eine cut weil ich denke wirklich dass da hinten was ganz besonderes passiert und deswegen machen wir hier einen cut ich sage bis zum nächsten Mal zu let's play Final Fantasy 13 sagt what did you want to see und peace out YouTube